Die letzte Phase des Selbstzerstörungsprozesses wurde eingeleitet. So, hier sind wir ja schonmal. Oh, die Schleusel, die kennen wir auch, dass sie zugeht. Irgendwelche guten Sachen. So, schnell hier rein. Okay, also... Irgendwie müssen wir diesen Prozess hier unterbinden. Nee, ne Granate packe ich da nicht rein. Das ist natürlich sehr gut jetzt. Geht eigentlich nur diesen Computer da. Wir haben ein bisschen Schaden genommen, deswegen... Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie noch was machen können, was uns hilft. Die liegen auch nirgendwo Granaten oder sowas. Oh, der Haken ist wieder eingefahren. Oh, das war richtig knapp gerade. Seien Sie gegrüßt, Nummer 13 oder vielleicht Jason Fly. Es wird Zeit, unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu bereiten. ... Was stimmt denn mit diesen Monkus nicht? Okay, was stimmt mit mir gerade nicht? Oh mon goût! Wie schießt die hier? Ich möchte das gar nicht wissen! Ich hab das Spiel gerade kaputt gemacht! Los los los! Was ist denn mit dem Ding mit dem Helden? Warum schießt das Ding so die ganze Zeit? Was stimmt mit dem Sound nicht? Darauf kannst du deinen Arsch retten! Gusser Dank! Gusser Dank! Erzählen Sie mir nicht, dass Sie keine Information über meine Vergangenheit haben, General! Aber als ich dich angeworben habe, mein Sohn, habe ich dich nicht um einen Lebenslauf gebeten! Ich habe meine Jungs immer nach Talent bewertet! Und du warst ganz besonders gut! Und Jones? Du hast ihre Diskretion immer geschätzt! Sie ist auch eingeladen! Vielleicht weiß sie mehr darüber! Ich war kurz davor echt auch zu versagen, ey! Wie kommt mir das hier bekannt vor? Haben wir Waffen? Nein! Okay! Da ist er ja! Jason Fly! Unser Nationalheld! Es ist mehr eine Liebe! Hey! Fly! Wie gefällt dir meine neue Uniform? Nun? Wow! Ich finde sie atemberaubend! Ja, so eine 7 von 10! Und Humor haben sie auch! Ich weiß! Nicht sehr gesprächig, hm? Ja, so eine 7 von 10! Ach, da ist er ja! Hey! Wo ist dein Smoking? Hallo Fly! Endlich treffen wir uns unter glücklicheren Umständen! Begeben sie sich bitte in den Vorderteil des Schiffes! Oh! Ich habe schon Besseres gesehen! Da drüben! Sehen Sie? Oh! 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 Schon schick! Oh! Oh! Dieser Kuchen hier ist doch legendär! Ich habe von mir. Oh! Was wollte er sehen! Hey Fly! Warum holen Sie ihn nicht? Wow! Umwerfend! Wow! Ich guck hier so nach. Verschwörung. Eins? Ich bitte dich, Wolli. Gib mir meinen Sohn zurück. Wir hatten eine Vereinbarung, Kim. Du hattest die Gelegenheit, 13 loszuwerden. Warum hast du sie nicht genutzt? Okay. Er ist also Nummer 1. Ich wiederhole. Ihr Mongoos. Nummer 1. Hören Sie mich. Hier Nummer 1. Hörer laut und deutlich. Siehst du ihn? Wer ist Nummer 1? Schnell. Ist das Feuerwerk nicht nach Ihrem Geschmack, Mr. Fly? Er hat also quasi uns benutzt, um seine ganzen Sachen wieder auszuhören. Monday. Okay, das war 13. Also wenn es euch gefallen hat, don't halten lassen und schaltet in anderen Let's Plays von mir rein. Ich wiederhole. Okay, wer ist wieder kurz? Okay, das stimmt. bel kommenn совет. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.